Im Soconi Kinvara kannst du deinem unbändigen Bewegungsdrang freien Lauf lassen. In seiner achten Version hat es einige Veränderungen gegeben. Diese zeigen, dass sich auch Topmodelle immer weiterentwickeln lassen. Deutlich spürbar ist das neue Schnürsystem, das deinen Fuß perfekt umschließt und so für einen guten Halt sorgt. Aber damit nicht genug, auch die Flexfilmüberzüge wirken unterstützend. Damit deine Füße trocken bleiben, hat Soconi dem Innenfutter eine Run-3-Ausstattung verpasst. Selbst bei intensiven Einheiten und an warmen Tagen hast du keine Feuchtigkeit im Schuh. Neu ist auch beim Achter, dass die Everrun-Technologie über die komplette Sohle läuft. In Verbindung mit dem EVA Plus wird so eine ausreichende Dämpfung bei einem direkten Laufgefühl ermöglicht. Die hochflexible Außensohle gewährleistet einen guten Bodenkontakt und eine gute Bewegungsfreiheit. Der Soconi Ginwara ist in die Jahre gekommen, ohne dabei Altersschwächen zu zeigen. In seiner achten Version wurde wieder an den richtigen Stellschrauben gedreht, um ihn auf seinem hohen Niveau zu halten. Komm auch du zu seinem achten Geburtstag in deine Runnerspoint-Filiale oder bestelle ihn direkt hier online unter runnerspoint.com. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020